WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Grüezi miteinander, mein Name ist Gwunder Thomas und ich bin der Leiter der elektrischen Standhaltung bei der Algola Landwasserkraftwerke. Das Thema ist ja Wasserpargela oder Wassererlebnispargela und dazu würde ich Sie recht herzlich gerne begrüssen am 13. August 17.00 zu einer Führung durch unsere Kraftwerksanlage. Da haben Sie die Möglichkeit, mal auch das Wasserkraftwerk mit allen Sinnen zu erleben, das heisst zu fühlen. Sie sehen. Sie schauen gerade. Sie hören. Es würde mich sehr freuen, natürlich auch an dem Datum möglichst viele Leute begrüssen zu können, die wirklich einmal den Sinn erleben. Dort fühlt sich Wasserkraft an. open,าย causes ruden. ですね. Sie Husker Hall hybrid